Hallihallo meine lieben Homies, willkommen zu einer neuen Tagesquest von Assassin's Creed Origins. So, ich habe mit Reda gesprochen und wir sollen das Banditenlager erreichen und räumen und das werden wir natürlich auch machen. Aber erstmal wollen wir die gute Zenu. Ich kann dann schon mal die Lage abchecken. Heute rennen wir nicht ins Verderben, so wie gestern. Oh, das sind auf jeden Fall wieder ein paar mehr. Das sind auf jeden Fall wieder ein paar. Mann, Mann, was ist denn los hier? Es gibt halt nur noch so krasse Tagesquest hier oder was? Habe ich hier auf jeden Fall nichts dagegen. Na gut, dann gehen wir die mal platt machen. Ja, wir sind da eh die Besten da drin. Ganz locker flockig machen wir das. Hören die uns? Ja, die hören die uns. Das ist gut. Wir lassen unsere Gegner zu uns kommen. Was ist mit dem Wille Abbau? Ja, aber manche verstehe ich da nicht, was der Quatsch hier soll. Egal, wir haben gesagt, heute regen wir uns auch nicht auf. Machen wir ganz locker flockig. Ich komme hier, da haut der Wille nicht die ganze Zeit. Fängt dann langsam an, wie bei SS Speed Unity oder was, dass sie nur noch Fehler drin sind. Wird das hier nix mit 365 Tage? Egal, beruhigen wir uns wieder. Kommt zur eigentlichen Sache hier. Mal gucken, ob er uns sieht. Und weil wir diesmal ausschalten können. Ja, das geht mal. Das geht noch. Den lassen wir da langlaufen, dann packen wir uns den. Das sollten wir hinkriegen, oder meine lieben Humis? Ja, das kriegen wir hin. Ich habe euch auf meiner Seite, ihr glaubt an mich. Dann schaffen wir das. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ich sage, wer ist er? Das war von dem Tod bestätigen, hier, oder? Nein. Okay, dann schnappen wir uns den hier hinten. Ich meine, der ist unwichtig, aber egal. Wenn, dann machen wir jetzt alle platt. Wenn, dann schnappen wir uns jetzt alle. Oh, da kommt einer. Gehen wir hier rein. Komm, behalte dich mal da ein bisschen, Kollege. Wir haben nicht ewig Zeit. Wir machen hier nur eine Tagesquess, keine Stunde hier. So, der nächste weg. Welchen schnappen wir jetzt? Ich würde sagen, ihn, ne? Ja, wer hat uns ein Dorf vorhin schon wieder gesehen? Hey, hast du das gehört? Komm her, Kollege. Komm her, Bruder. Hast du was gehört? Zack, der nächste weg. Läuft ihr, meine lieben Homis? Das läuft hier. Als ob wir nie was anderes gemacht hätten. Wir sind einfach Kinder da drin. Ich bin ja auch so immer fehlerfrei. Komm her, du sag. Wenn wir den nämlich haben, dann sind wir, glaube ich, durch mit dem Thema hier. Das ist alles, was ich für Räder tun sollte. Ja, jawohl. Dann weg hier. Dann kann man die Tagesquess wieder erfolgreich abgeschlossen. ging auf jeden Fall klar, oder? Konntest du dich sehen lassen. Ich meine, meine spielerische Glanzleistung, die kennt ihr ja. Einfach unglaublich. Ja, schön. Ja, schön. Spaß muss sein. Ich hoffe mal, dass da jetzt nicht von der Share-Funktion wieder tausend Fehler drin sind, dass da wieder die Hälfte fehlt. Tut mir echt leid, meine lieben Homis. Ich hoffe das Beste. Sehr schön. Hätte hier noch so ein Heuball sein müssen. Hupala. Ja, das kann Bayek ab. Da kennt ihr nix. Was ist los mit dem Bayek nicht schleichen? So, da sind wir auch schon. Hey, Räder. Ein erfüllter Auftrag verlangt nach einer Belohnung, nicht wahr? Das bekommen wir jetzt hier. Ein weiterer Bogen. Hades. Seltener Hauptgebogen. Wir haben schon tausend Bogen jetzt, ne? Auf jeden Fall, meine lieben Homis, bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage, wir sehen uns bei der nächsten Tagesquest. Auf Wiedersehen.